Ist mein Rot dasselbe wie dein Rot? Das klingt jetzt erstmal wie eine Fangfrage, ist es aber gar nicht. Zwar nehmen wir alle dieselben Wellenlängen von Licht als einzelne Farben wahr, wie jetzt aber diese Farben in deinem Gehirn am Ende aussehen, das weißt nur du. Uns beiden wurde es beigebracht, diese Farbe hier grün zu nennen. Aber für dich sieht sie so aus und für mich so. Trotzdem können wir uns im Alltag problemlos austauschen. Wenn ich sage, siehst du das grüne Auto da vorne, weißt du sofort, was ich meine, auch wenn dein Grün nicht dasselbe ist wie mein Grün. Und das Abgefahren an dieser These ist, wir können sie unmöglich überprüfen. Das heißt auch, wir können sie nicht widerlegen. Wenn ihr eine Idee habt, wie man diese These überprüfen könnte, lasst es mich gerne wissen. Ich bin mir sicher, da sind ein paar kreative Vorschläge in den Kommentaren dabei. Mehr dazu erfährst du jetzt in meinem neuen Video.